Oh, ich nehmt er an. Oh, kein Grund das nicht anzwingen. Ja, dumm. Das Junge ist fertig. Aktivität. Beste. Ja. Ach so, das schon wieder. Na gut. Ja, mal gucken, was, was die nächste Mission bin halt. Aber gut, dreimal schneller ist das für uns natürlich. Plus diese Waffe, die sind einfach Gott. Nennt mich Gott. Na, nennt mich sie. Ähm. Ich mein, der ist 20 mal einfacher als das andere. Da ist Sport. Und, ähm. Das ist Gott. Aber der ist Gott. Und der bringt mir nichts. Und der bringt mir nichts was. Ich bin immer noch von Maximal aus Dauer. Aber gut. Und, am grip mal nicht. Ich bin immer noch von Maximal aus Dauer So. Ist er ein Doct? Wow, das ist ein Style Level, geil! Ich habe mich nur gekauft, um einen Style der Blut zu hauen und weißt, ob ich Geld habe. Also Geld, der da ist Sack drin, das geht aus dem Ohr, aus dem Ohr noch rauskommt. Ich liebe dich. Das ist schön, Donnie. Ich liebe dich, auch. Oh, shit. Du hast mich nicht gesehen, dass dein Boss shot und mich in die Trunk in die Karte, und die Best du kannst mir ist, oh, shit? Du solltest du dir sterben. Das funktioniert. Jetzt geht's nach der Karte. Wie warst du, dass ich hier sein werde? Du bist predictabel. Was hast du mit mir? Du solltest ein Pro Bono Mechanik machen. Was hast du mit mir funktioniert? Ich habe durch die Antwort auf die Frage, jetzt geht's in die Karte. Du hast mich nicht gesehen, was hast du mit dir? Du wißt du, wo ein paar Freunde von dir sindschen? Ja. Hier ist die Deal. Du rickst die Trucks du bei dir, und ich werde nicht ein Bullen in die Hände. Nein. Was ist das Deal? Danke für deine Kooperation, ey. Ich finde es immer nett, wie kooperativ sie sind. Haben auch keine andere Wahl, aber trotzdem nett. Das ist doch ein cooles Auto. Da haben wir das Gefühl, dass Saints Row 2 beim Kanal richtig gut tut. Und die Season Street. Ich glaube, er wäre nicht. Ich finde, wir haben das Gefühl. Das ist irgendwie... Oh, cool. Ich muss einmal gehen, die Zahl geht sowieso hoch. Vielen Dank dafür. Das ist echt geil. Das hier, Mann. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Okay. Guten Tag. Ach so. Ich muss noch gar nicht umbringen. Weil es ärmer ist eigentlich brutaler. Bist du fertig, Mann? Bist du jetzt fertig, Mann? Und jetzt? Super. ich jetzt gut, hoffentlich. Oh, fahr doch mal zu. Oh, fahr doch mal zu. Genau. Ich bring' keiner um. Nee, ich bring' keiner um. Obwohl, nach dem Aufzug vielleicht. Momentan bring' ich keiner um. Ich bring' dir sogar. Du. Die Liste, die Leute, die mich schon umbringen wollten, ist hoch. Nee, jetzt ist keiner geschafft, komm. Dann steigen. Ach so, in zwei. Brache. Die Leute auf den Sack gehen. Ich hab' jetzt gründe. Nee, einfach nur kurz hingehen. Irgendwie hat das was. Ach gut. Nee, ich bring' dich nicht um. Ich glaub' es war ja da auch. Fertig, oder? Oh Gott. Oh Gott. Cool. Mein gut. Damit tun weh'n weh'n's nur ein bisschen für mal weh. Das haben wir ja immer. Es ist auch geil. Das sind ja auch geil gemacht eigentlich ein Spiel. Es passt auch gut. Dann bei Saints Road & Third haben die ja nachher ein bisschen, ne? Ein bisschen actionreicheren Start. Cool. Und hier haben wir einen leichteren, haben wir einen leichteren Einstieg. Passt jetzt zu dem Spiel. Alter, das machen wir kaputt. Oh, boah. Er wird dich hassen. Ich bring' dich doch nicht um. Und die geht auch nicht. Noch nett, ne? Guck mal, ich bin doch für dich da. Obwohl du mich weggesprengt hast. Bin ich. Bin ich da. Bin ich nett von mir. Entsteigen. Boah. Der Monster ist bisher nicht gehört. Scheiße, der Detonator funktioniert nicht. Und ich kann's nicht fixen. Wir müssen nur warten, bis der Timer losgeht. Ach du, ach du Kacke. Boah. Naja. Sehr gut. Ein bisschen. Schöne. Bist du? Schöne. Schöne. Bist du? Schöne. 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 Hey, Donny. Wo hast du? Merrill. Ich bin so sorry. Was hast du, Donny? Es sind die Schöne. Was hast du, Donny? Sie haben mich auf die Tröcke unserer Kinder. Ich habe einen Schöne. Und du hast es? Ich habe keine Schöne. Ich habe keine Schöne. Du hast eine Schöne, Donny. Du hast deine Leben über die resten uns. Ich hatte eine Schöne in meinem Kopf, Mann. Was ich sollte machen? Ich habe eine Spine. Ich habe nichts über das Schöne. Ich habe nichts über das Schöne. Das macht es alles besser. Bro, du solltest du an den Schöne ran, nicht Donny. Ich habe keine Frage, Matt. Mero. Wer wird mein Auto fixieren? Oh. Na gut. Der ist erledigt. Damit habe ich ihn schon auf die Palme gebracht. Oh, komm. 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 Darauf nehme ich dir noch ein bisschen was. Alter, wenn ich ihn damit schon auf die Palme gebracht habe. Das ist ja ganz schön, nice. Das freut mich richtig. Na gut. Jetzt sind die Strongholds noch ein bisschen einfacher. Mit dreifacher Regeneration. Geil. Obwohl müssen wir eigentlich mal wieder auffüllen, ne? Beim Burger. Ja. Jetzt ist ja mal ein Burgerladen. Na genau. So. Achja. Dadurch wird es nicht alles zu machen. Dann wieder sage ich mal. Ich bin der75-Stone. Ich bin der75-Stone nie. ich bin der75-Stone. Ich bin der75-Stone nicht leicht. Während ist das Agile-Stone. Ich bin der75-Stone nicht mehr. Wir müssen viele, die sind gerade alle. Doch, ich bin der75-Stone nicht mehr. Das war's. Cool. Okay. Operation destroyed. Okay. Good. 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 Das war's. was wir mal rein wo es hoch geht das hier neben neben fern die feier ist wir die mutung ausgehen nach der munition muss ich die angst haben ich glaube sie wenn ich hab bis dann hallo Oh, natürlich habe ich ihn nicht mehr erwischt. Oh, du, 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 du. Oh, war knapp. Oh, ja. Oh, okay, ja, man kann halt doch. Aber ich finde, muss ich ehrlich sagen, dass mit dem, mit der Energie gar nicht mal so überpowert. Da verdient, da verdient die erste Belohnung geiler. Nein, die ist auch gut. Energie ist halt auch geil, ne? Da farm ich ja auch nicht, du Pesser. Ja, mit Uzi kannst halt immer schnell reagieren, ne? Das ist halt voll geil. Uzi sind geil. Das ist auch der Best. Das ist der Duffy hier im Spiel. Aber gerade wenn sie, wenn man sie so hat. Ich wüsste es gar nicht. Also ich... Großer Bonus, natürlich. What? Okay. 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 Ich bin jetzt abgeschlossen. Okay. Yeah, geil. Nice. Aber mit dem halt dann dann... Die Frage ist, ob ihm jetzt ein 12 gehören. Das war krass.